Die Nachricht ist raus und der Markt hat sie positiv aufgenommen. Von welcher Nachricht reden wir? Schauen wir zunächst auf den Finanzkalender. Dann sehen wir das natürlich sofort, dass wir hier was rot eingezeichnet haben. Rot ist immer wichtig hier im Kalender, 14.30 Uhr. Also vor wenigen Minuten gab es die Zahlen zu den Verbraucherpreisen, CPI, Consumer Price Indices in Amerika. In dem Fall die Kernrate hier oben beispielsweise, die ist 0,3 nur gestiegen, 0,5 war erwartet worden, 0,7 war sie zuvor. Also das ist verheißungsvoll und das Ganze auf Jahressicht 5,9, 6,1 war erwartet worden. Und ihr seht hier nochmal die normalen Verbraucherpreisdaten, also ohne die Kernratenbetrachtung. Das heißt alle Preise, die da mit rein spielen, das ist unverändert zum Vormonat. Wir hatten im Vormonat immerhin noch 1,3, 0,2 erwartet worden. Und ihr seht, dass hier im Jahresvergleich immer noch stolz 8,5 Prozent, aber weniger als erwartet, 8,7 und 9,1 war es zuvor. Das sieht danach aus, als ob Inflation nicht mehr so ein schlimmes Thema ist, zumindest mal der Anstieg. Also der Preisanstieg ist natürlich noch da, aber der Anstieg des Anstiegs, wenn man so will, der ist nicht mehr ganz so stark und das haben die Märkte. Und das ist für mich ja das Wichtige. Ich gucke ja auf diese Zahlen eigentlich nur mal Interesse halber. Aber die Märkte haben das Ganze irgendwie positiv aufgenommen und nicht nur irgendwie positiv, sondern sehr positiv. Ihr seht, dass wir hier von den Preisniveaus, die wir hier, oder Kursniveaus, die wir hier vorher beim Dow hatten, aktuell hier ein Prozent nach oben geschossen sind, 350, 360 Punkte in etwa. Also der Markt hat das positiv aufgenommen. Ja, dann ist ja alles in Ordnung, könnte man meinen. Und weiter aufkaufen. Tatsächlich ist es so, dass charttechnisch zwar so langsam, aber sicher auch mal eine Pause ansteht, aber kein Druck nach unten da ist. Überhaupt kein Druck nach unten. Selbst wenn der Kurs jetzt mal nach unten käme, ihr erinnert euch, ich habe hier noch eine Zeichnung, das ist noch die alte Zeichnung, die ich hier drin hatte. Theoretisch könnten wir die jetzt ein bisschen anpassen auf das neue Hoch. Das macht aber nicht arg viel. Also ich sage mal, selbst wenn es noch mal runter ginge bis 31.000, um Himmels, wenn nicht 3.000, 31.500, wäre das noch nicht wirklich Drama. Und solange wir über die 32 bleiben erst recht, dann sind wir ja noch nicht mal überschneidend mit dieser Geschichte. Und das sind alles eher positive Anzeichen. Das heißt, selbst wenn der jetzt mal um 1.000 Punkte runter ginge, was ja noch gar nicht zu sehen ist, wäre das noch kein Drama. Selbst wenn er um 1.500 runter ginge, wäre das immer noch kein Drama. Also ihr seht, das sieht aktuell noch ziemlich solide aus und verleitet, verlockt ja tatsächlich für weitere Käufe in der Erwartungshaltung, dass da noch ein bisschen mehr geht. Ja, wie können wir jetzt heute vorgehen? Im Großen bin ich kein Freund, darauf jetzt zu reagieren und da oben einzukaufen. Ich mag das nicht. Das heißt, wenn ihr auf Tagesebene unterwegs sein wollt, ist das eigentlich kein so toller Einstiegskurs. Das Doofe daran ist nur, dass wir keine echte Ahnung haben, ob der Kurs erst noch mal das macht oder ob er jetzt bald mal eine Pause macht. Diese Pause wird kommen. Das ist ganz sicher, dass sie kommt. Die einzige Frage ist, passiert sie jetzt? Passiert sie da? Passiert sie da? Und deshalb ist die Überlegung, will ich es verpassen oder will ich es nicht verpassen? Ich kaufe ungern zum teuersten Preis und wir dürfen nicht vergessen, seit mehreren oder vielen Wochen, hier seit Anfang Juni, ist das der teuerste Preis und teuerste Preise klingen für mich nie nach Einkaufsniveaus. Deshalb würde ich gerne zumindest mal einen Rücksetzer sehen in irgendeiner Form. Für die Intraday-Händler unter euch, die ein bisschen kurzfristiger unterwegs sind, kann das vielleicht ja sogar heute Nachmittag noch passieren. Nämlich, dass wir nach so einem wunderschönen Anstieg hier mal eine Pause machen, ist auch hier ja nicht so absonderlich. Wenn wir mal sowas in der Richtung bekommen, wäre das eigentlich besonders klasse, weil das bürte mir die Möglichkeit, wieder reinzukommen hier in den Markt. Wir sind in der Aufwärtsbewegung. Ihr seht das hier im 4-Stunden-Chart. Das kann man eigentlich nicht anders darstellen. Und dementsprechend Long ist eigentlich die Richtung, aber am höchsten Punkt, dann muss ich damit rechnen, dass ich hier oben einsteige und er direkt umdreht und ich unter Umständen dann 1000 Punkte da unten zugucken muss und sagen muss, oder 1500 vielleicht sogar, und sagen muss, nee, nee, ist alles noch safe. Das ist unangenehm. Deshalb, ich bin wie gesagt kein Freund, da jetzt aufzuspringen. Trotz alledem, die bullische Seite ist im Moment noch die bessere. Das muss man ganz klar so sagen. Es gibt noch keine Anzeichen für einen starken Dreh. Ja, sanfter Dreh. Wie sieht es denn dann aus beim S&P? Naja, diese Situation ist natürlich exakt die gleiche. Wenn wir hier mal wieder eine Pause kriegen, also ihr seht, das ist hier war es nicht ganz so steil, aber wenn wir hier irgendwie sowas mal sehen und dann idealerweise dreiwelliges Verhalten, also irgendwie sowas in der Art beispielsweise, dann sind das alles ganz gute Überlegungen für die Long-Seite. Alternativ dazu ist es, wenn es halt mehrfach mal wackelt, auch das passiert hin und wieder, werdet ihr auch schon mal gesehen haben. Also vereinfacht kann man sagen, häufig ist es ein Dreiweller, also so wie hier, das ist hier im Großen oder so wie hier, das ist hier im mittleren Bild beispielsweise oder hier noch eine Stufe kleiner vielleicht. Also manchmal sieht man das sehr deutlich. Wenn ihr das sehr deutlich seht, finde ich, ist es auf jeden Fall wert, darüber nachzudenken, deine Position aufzumachen. Wenn ihr es nicht deutlich seht, seid nicht stinkig, wenn ihr mal eine Bewegung verpasst. Tut euch das nicht an. Dann habt ihr sie verpasst. Dann macht ihr halt die nächste Bewegung. Es ist ja nicht die letzte Marktbewegung, die wir da am Kurs zu sehen bekommen. Und deshalb denke ich mal, haben wir noch ganz gute Chancen, dass es tatsächlich noch mehr wird. Also achtet auf Rücksetzer, nutzt diese Rücksetzer, solange sie korrektiv sind. Werdet allerdings hellhörig wie 60er-Jahre-Bau, Plattenbau, wenn der Kurs anfängt, steil, nee, so steil dann auch nicht. Das war was anderes. Nein, steil nach unten zu kommen. Das sieht ja nicht korrektiv aus. Ihr erinnert euch, korrektiv haben wir gesagt, sieht so aus beispielsweise oder dreiwellig. Wenn er aber so runterkommt und dann auch noch wackelig nach oben geht, dann seid vorsichtig. Dann haben wir das vorläufige Ende erst mal gesehen, denn dann kommt mindestens noch mal so eine Bewegung und ob es dann vielleicht sogar mehr wird, das werden wir dann wohl abwarten müssen. Aber das wäre dann für uns Intraday-Freunde eine Bewegung, die wir dann vielleicht im Laufe des Nachmittags, des Abends, vielleicht auch noch in den nächsten Tag hinein, dann eher auf der Short-Seite dann handeln können. Dafür gibt es im Moment noch keine Anzeichen. Wer sich wünscht, ja, ich möchte das gerne vorher wissen, ob das passiert, ja, ich glaube, das betrifft uns alle, dass wir das gerne vorher wissen, ob als nächstes sowas passiert oder ob als nächstes sowas passiert, wissen wir nicht. Wir wissen es einfach nicht. Da können wir jetzt raten und danach kann ich sagen, sieh, ich habe es euch immer gesagt, dass das jetzt passiert, in der Hoffnung, dass es dann auch eintritt, aber das ist natürlich nicht seriös. Welches von den beiden Szenarien eintritt, weiß ich nicht, aber es gibt eine sehr einfache Übung für uns Trader, das hier von so etwas zu unterscheiden. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die man durchaus bewältigen kann. Dann hätten wir hier Einstiege für die Long-Seite, haben wir dieses Szenario und wackelig nach oben, dann hätten wir hier Einstiege für die Short-Seite. Also die Aufgabe ist, glaube ich, lösbar. Leider, ob er jetzt hier das macht, ob er alternativ irgendwie was Korrektives hier macht oder ob er sagt, Rüdiger, nice try, aber nee, nee, wir klettern erst weiter und später dann diese beiden Varianten hier auftreten, das ist nicht klar, aber das sehen wir dann ja mit bloßem Auge relativ leicht und relativ schnell. Also insofern, leider, wer jetzt hier sagt, nee, nee, ich muss jetzt wissen, steigt es jetzt hier oder nicht, wer jetzt drin ist, es gibt keinen Grund rauszugehen, wer hier aus welchen Gründen auch immer hier unten oder vielleicht hier im Längerfristigen schon drin ist, ich sehe keinen Grund, jetzt hier rauszugehen. Klar, natürlich kann jetzt das passieren, aber solange das nicht so offensichtlich mit Schüben nach unten ist, sondern eher wackelig, würde ich da drin bleiben, die Stops halt einfach hinterher ziehen, enger oder weiter, je nachdem, in welchem Zeitrahmen ihr da unterwegs seid. Wenn ihr jetzt überlegt, kann ich jetzt reingehen? Wie gesagt, wartet auf den Rücksetzer, ich glaube, dass das sinnvoller ist, auch auf die Gefahr hin, dass man vielleicht eine Bewegung verpasst, ein Teilstück verpasst, der Markt wird eine Korrektur machen, das ist irgendwann mal und gibt damit wieder eine Einstiegsmöglichkeit, es ist allemal besser, als vermeintlich am höchsten Punkt einzusteigen, denn eins kann ich euch in meinen 30 Jahren Trading-Erfahrung sagen, wenn ich jetzt an so einem Punkt einsteige, dann heißt es, am nächsten Tag in den Nachrichten oder am Abend in den Nachrichten, da hat der Kurs gedreht und ich war wieder am höchsten Punkt mit dabei. Naja, meinen Namen haben sie nie genannt, aber gesehen habe ich es dann doch, deshalb möchte ich, dass ihr euch das nicht antut. Wie sieht es beim DAX aus? Auch der hat sich hier natürlich erstmal nach oben bewegt, ich hatte es hier noch eingezeichnet, ihr seht das hier am 4-Stunden-Chart, noch sieht das alles wie eine normale Korrektur aus, also eine kleine A, B, C, wenn der Kurs hier durchgefallen wäre, wäre diese Kiste hier ja interessant gewesen, das will ich aber jetzt nicht nochmal breit treten, das hatten wir letztens mehrfach besprochen. Aktuell sieht das korrektiv aus, das heißt, wunderschön, der DAX, wir können auch nochmal auf den Future gucken, jedenfalls wunderschön auf der Aufwärtsseite unterwegs, ihr seht, zwischendurch gibt es immer mal eine Korrektur, nutzt solche Korrekturen, wann auch immer die nächste ist, für einen Einstieg, ihr tut euch selber, glaube ich, einen Gefallen damit. Rechnet aber damit, dass so langsam aber sicher diese Aufwärtsbewegung, die wir hier haben, im Stunden- oder 4-Stunden-Chart oder Tageschart, dass die mal eine etwas größere Pause braucht, das wäre nicht Drama, das wäre etwas ganz Normales. So, also wie groß die ist, das habe ich euch letztens häufig genug erzählt, ich will euch nicht langweilen, deshalb lasse ich euch jetzt mal selber drauf gucken, ein bisschen die Situation einschätzen, ihr wüsst ungefähr, auf was ihr achten könnt, in diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.